Ja, servus Leute. Vor einigen Wochen, um genau zu sein, am 8. Januar 2021 hat der AfD-Bundestagsabgeordnete Dr. Dirk Spaniel ein YouTube-Video veröffentlicht mit dem Titel Unsere Automobilwirtschaft zerstört, China steigt aus E-Mobilität aus. Und dieses Video ist in meinen Augen ein sehr guter Beleg dafür, wie oberflächlich, wie wenig fundiert die AfD verschiedene Themen aufgreift, die momentan die Emotionen hochkochen lassen, in dem Fall die Elektromobilität und wie sie ohne Kritisches hinterfragen, der Quellen, die ihnen in ihre politische Agenda spielen, ihre Wähler für dumm verkaufen. Und das möchte ich euch in diesem Video mal zeigen und ich möchte euch auch mal zeigen, welche gute Arbeit mittlerweile die YouTube-Journalisten in solchen Fällen leisten. Und hier haben wir dann dieses Video, das mittlerweile 165.000 Aufrufe hat. Eines der erfolgreichsten Videos auf dem YouTube-Kanal vom Herrn Dr. Spaniel. Daran sieht man, wie aufgeladen doch das Thema Elektromobilität noch ist. Und wir hören jetzt mal rein, beziehungsweise schauen mal rein, was der Herr Dr. Spaniel dazu berichten hat. Und zwar haben wir gefragt, wie ist eigentlich die Situation mit synthetischen Kraftstoffen und der Anrechenbarkeit von synthetischen Kraftstoffen auf den Verbrauch von Fahrzeugen in Europa und in anderen Ländern geregelt. Gut, in Europa wissen wir es. Diese Frage wurde also an den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gestellt. Und Herr Dr. Spaniel hat daraus dann eine Antwort aufgegriffen und in diesem Video ja als dramatische Erkenntnis dargelegt, die auch den Kurs der Bundesregierung hin zur Elektromobilität ad absurdum führt. Wir schauen uns das mal an. Aber reden wir mal kurz von China. China ist der größte Automobilmarkt überhaupt. Und der eine oder andere mag sich erinnern, dass gerade jüngst die Daimler AG in einem spektakulären Statement bekannt gegeben hat, dass die Verbrennungsmotoren zukünftig in China hergestellt werden. Aha. Und jetzt zitiere ich mal aus diesem Dokument. Ab 2025 solle in China Beobachter zufolge nicht mehr der Kraftstoffverbrauch für den Flottenverbrauch der Hersteller maßgeblich sein, sondern das, was für ihren Betrieb tatsächlich an CO2-Emissionen aufgewendet wird. Dann würden auch Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride mit ihrem Stromkonsum umgerechnet in CO2 belegt werden. Methanol, Wasserstoff und E-Fuel-Fahrzeuge würden nach Medienberichten hingegen mit Null veranschlagt. Aha. Gut. Das ist jetzt erstmal eine Aussage vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Wir schauen mal, wie der Dr. Spanier jetzt darauf reagiert. Da steht drin, dass ab 2025 Elektrofahrzeuge mit einem CO2-Anteil berücksichtigt werden, weil eins ist völlig klar, ein Großteil des Stroms in China kommt aus Kohlekraftwerken. Und gleichzeitig würden entsprechende alternative Kraftstoffe, unter anderem E-Fuels in Verbrennungsmotoren, nach diesen Berichten mit Null CO2 berücksichtigt werden. Wenn also China jetzt eine CO2-Orientierung der Autopolitik macht, dann heißt es im Klartext, China stoppt die Subventionen von Elektrofahrzeugen. China steigt aus der Elektromobilität aus. Und hier machen wir jetzt einen Präg. Und wir suchen jetzt unter dem Video vom Herrn Dr. Spaniel nach der Quelle für seine Aussage. Und wir brauchen nicht lange zu suchen, es gibt keine Quelle. Und das ist jetzt auch ein Problem, was jetzt die YouTube-Journalisten vor gewisse Schwierigkeiten stellt. Denn wie will man denn jetzt überprüfen, was genau der Hintergrund dieser Aussage des Wissenschaftlichen Dienstes Bundestages ist? Wie muss man die gewichten? Wie valide sind diese Angaben? Obwohl diese Information nicht vorhanden war, haben die Kollegen von der IGE MBB, auch ein YouTube-Kanal, Video verlinke ich hier oben in der Ecke, den mutigen Schritt gewagt und dieses Video trotz fehlender Quellangaben zerlegt. Und das haben sie auch wirklich gut gemacht. Und die Probleme, vor denen der Steve da stand, die schauen wir uns jetzt mal an. Tja, wo soll man da anfangen? Jetzt habe ich als Nicht-Bundestagsmitglied natürlich nur eingeschränkt Zugriff auf den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Jedoch werden einige Auskünfte, Studien und Ausarbeitungen auch öffentlich gemacht. Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe da mal so das letzte halbe Jahr durchforstet, was da so veröffentlicht wurde. Und im letzten halben Jahr konnte ich eine solche Aussage vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages nicht finden. Korrekt, ich habe das gleiche auch gemacht wie der Steve und ich konnte eine solche Aussage auch nicht finden. Und das macht es natürlich besonders schwer, dann solche Videos von, jetzt in dem Fall dem Herrn Dr. Spaniel, auch wirklich im Detail zu kritisieren. Aber ich hatte jetzt ein bisschen mehr Geduld als die IGE MBB und habe direkt mal eine Anfrage an die AfD gestellt, ob sie mir denn mal die Basis für dieses Video vom Dr. Spaniel zur Verfügung stellen können. Und es hat mehreren Nachfragen meinerseits bedurft. Ich musste also mehrfach nachhaken, wurde dann auch nochmal von A nach B verwiesen, weil A nicht zuständig ist, sondern B. Aber nach etwas über einem Monat oder rund einem Monat habe ich dann Antwort erhalten. Und zwar vom Büro vom Dr. Spaniel, Mitglied des Bundestags. Und dort wird mir mitgeteilt, sehr geehrter Herr Schmidt, vielen Dank für Ihr Interesse zur Anfrage Dr. Spaniels an den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages zum Themenbereich CO2 in der Mobilität in verschiedenen Regionen bzw. Staaten der Welt. An beide die Anrechnungsarten unter anderem in China. Die von Dr. Spaniel verwendete Aussage bezieht sich auf den Abschnitt auf Seite 13. Dr. Spaniel hat den wissenschaftlichen Dienst gebeten, diesen Inhalt in einer weiteren Studie auszuführen. Diese Studie befindet sich in Bearbeitung. Und ich habe die Ausarbeitung vom wissenschaftlichen Dienst auch tatsächlich erhalten. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche fundierte Aussage, welche fundierte Quelle denn der Hintergrund dafür ist. Hier haben wir dann also die Passage, die Dr. Spaniel in seinem Video 1 zu 1 vorgelesen hat. Also hier mit ab 2025 bla bla bla. Fahrzeuge würden nach Medienberichten hingegen mit 0 veranschlagt. Und dann haben wir hier eine Fußnode. Und diese Fußnode finde ich sehr interessant. Denn da kann man jetzt sehen, worauf sich diese Aussage vom wissenschaftlichen Dienst tatsächlich bezieht. Und diese Aussage bezieht sich auf einen Artikel von Focus aus dem Jahr 2019. Es wäre ein Desaster für Volkswagen. China erwägt teilweise Abkehr vom Elektroauto. Und hier habe ich dann den entsprechenden Artikel von Focus.de. Und hier wird sich also auf eine JSC Automotive bezogen. Und diese JSC Automotive taucht auch normal in der Fußnode des Bundestages, also des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages auf. Das ist also die Quelle, auf die sich Herr Dr. Spaniel bezieht, um das Ende der Elektromobilität in China herbeizubeschwören. Anders ausgedrückt, Herr Dr. Dirk Spaniel nimmt einen Artikel von Focus.de, die ja auch jetzt nicht den Ruf haben, die ja am härtesten recherchierenden Journalisten in Deutschland oder gar Europa zu sein. Die lassen sich was von einer Beratungsfirma, die vielleicht drei, vier Mitarbeiter hat, ins Ohr flüstern, geben das unkritisch wieder. Einfach nur die Aussagen, ja, die kehren sich von der Elektromobilität in China ab. Und das ist dann die Basis für den Herrn Dr. Dirk Spaniel, um ein Video zu machen und seine Wähler dahingehend zu informieren, dass China aus der Elektromobilität aussteigt. Mir fehlen an dieser Stelle wirklich die Worte. Und dieses Video vom Dr. Spaniel hat 8.243 Daumen nach oben, 165.427 Views, um solche hanebüchenen Aussagen zu widerlegen. Und was für einen guten Job die IGE MBB in dem Fall gemacht hat, das zeige ich euch nochmal in dem nachfolgenden Beispiel. Da von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch an die IGE MBB, die nämlich ohne die entsprechenden Quellen zu kennen, absolut in schwarze getroffen hat. Dann bin ich auf einen sehr interessanten kleinen Aspekt gestoßen und wir spulen mal zurück und hören mal ganz genau hin. Und E-Fuel-Fahrzeuge würden nach Medienberichten hingegen mit Null veranschlagt. Nach Medienberichten. Das heißt, man darf es immer nicht verwechseln. Herr Spaniel bezieht sich hier auf eine Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes, des Bundestages, der allerdings sich in dieser Antwort auf Medienberichte bezieht. Und ich habe jetzt im Gegensatz zum Steve halt auch die Grundlage dieser Aussage vom wissenschaftlichen Dienst von der AfD erfahren. Und ich kann sagen, lieber Steve, was du da nicht wusstest zu dem Zeitpunkt, das geht zurück auf einen Artikel von focus.de. Aber im weiteren Verlauf des Videos, ich will jetzt nicht alles abspielen, trifft der Steve diesbezüglich in schwarze. Er ermittelt dann auch, dass der Ursprung dieser Aussage von der JSC Automotive stammt und legt dann auch nochmal da, warum man da sehr vorsichtig werden muss und auch kritisch sein muss, was diese Aussage angeht und widerlegt das Ganze von A bis Z. Hier oben, wie gesagt, ist das Video verlinkt. Das könnt ihr euch ja dann gerne nochmal anschauen. Ich will jetzt nicht nochmal alles abspielen, weil der Steve trifft es dort auf den Punkt. Also, wer jetzt noch Zweifel daran hatte, ob die IGE MBB in ihrem Video in schwarze getroffen hat, der hat jetzt nochmal so einen kleinen Baustein dazubekommen, um sich selbst eine Meinung zu bilden. Der Dr. Spaniel hat also auf Basis eines Fokusberichtes, den der wissenschaftliche Dienst als Grundlage genommen hat, um eine Aussage dazu zu treffen, also in keinster Weise irgendwelche fundierten Informationen oder objektive Informationen, sondern einfach nur Hörensagen dargelegt hat. Das hat der Dr. Spaniel dazu genutzt, um solch ein, ja, Propaganda-Video gegen die Elektromobilität zu machen, weil er glaubt, dass das aktuell bei der AfD-Wählerschaft gut ankommt und er sie damit mobilisieren kann, dass die wählen gehen, um gegen die Elektromobilität in dem Fall praktisch ihre Stimme abzugeben. Ich kann Ihnen aber so viel sagen, Herr Dr. Spaniel, auf diesem Wege über YouTube. Es gibt auch unter den AfD-Wählern Sympathisanten in Sachen Elektromobilität. Ich blende hier mal einen Kommentar ein, das ist nur ein Beispiel. Vielleicht überlegen Sie sich mal, ob Sie in Zukunft Videos machen, die Punkt A auf zweifelsfreien Fakten basieren und nicht auf Hörensagen und Punkt B, die auch den Willen des ein oder anderen Sympathisanten der AfD berücksichtigen, denn die Elektromobilität werden Sie nicht aufhalten und dann stehen Sie wieder ein bisschen, ja, doof da, wenn auch Ihre Wähler plötzlich anfangen, Elektroautos zu fahren und sagen, Mensch, Dr. Spaniel, was Sie damals gesagt haben in dem Video, das entspricht ja gar nicht der Realität. Bevor das jetzt aber noch ein längeres Rent-Video wird, mache ich an dieser Stelle Schluss. Ich wollte nur noch eine kleine Ergänzung, ein kleines Update zu dem Video von der IGE MBB machen, wo ja eigentlich schon alles gesagt ist. Ihr könnt ja unten in die Kommentare nochmal schreiben, was ihr darüber denkt. Ich auf jeden Fall bin immer noch auf 180, wenn ich sehe, auf welcher Basis, auf welchen Informationsgrundlagen die AfD solche Videos erstellt. Naja, ansonsten soll es das fürs heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Rant-Video.